Moin, moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial auf meinem Kanal. Mein Name ist Leo und heute möchte ich dir meine Einführung zu Google Docs in 2023 geben. Wenn du keine neuen Tutorials mehr verpassen möchtest und auch keine Einführung zu Google Sheets und Google Slides 2023, dann abonniere meinen Kanal. Dort findest du auch viele weitere Tutorials zu diesen drei Tools. Und los geht's, wie immer, nach dem Intro. Viel Spaß! In dieser Einführung zu Google Docs werde ich mich hauptsächlich auf die wirklichen Basisfunktionen von Google Docs konzentrieren. Ich habe schon viele Videos und Tutorials über Google Docs gemacht, wo ich detailliert auf Dinge eingegangen bin, wie zum Beispiel das Einfügen von Tabellen oder das Bearbeiten von Tabellen, aber auch zum Beispiel, wie ihr eure Seiteneinrichtungen gestalten könnt. Dafür habe ich extra Tutorials gemacht. In diesem Video gehe ich eben nur wirklich auf die Basisfunktion von Google Docs ein. Und wenn du Google Docs noch gar nicht kennst, das ist quasi ein Pendant zu Microsoft Office Word von Google, was aber vollständig im Browser läuft. Also ihr habt da dort kein fest installiertes Programm. Und wenn ihr Google Docs benutzen möchtet, könnt ihr einfach auf die Webseite docs.google.com gehen. Dann braucht ihr aber auf jeden Fall auch ein Google-Konto, um das zu nutzen. Anders funktioniert es nicht. Denn diese ganzen Dokumente werden eben auch in eurer Google Drive gespeichert, also in dem Cloud-Speicher von Google. Dort werden dann die Dokumente abgelegt und auch gespeichert. Die werden dort auch automatisch gespeichert. Es ist nahezu unmöglich, diese Dokumente zu verlieren, weil die eben immer automatisch in der Google Cloud, also in der Google Drive gespeichert werden. Und ihr habt die dann eben auch dementsprechend auf allen Geräten. Das heißt, wenn ihr euch zum Beispiel auf euer Smartphone die Google Docs App ladet oder aufs Tablet, ihr habt dort überall die Möglichkeit, eben wenn ihr dort mit eurem Google-Konto angemeldet seid, eben eure Dokumente abzurufen. Und wenn ihr Google Docs das allererste Mal öffnet, dann seht ihr wahrscheinlich eine ähnliche Übersicht zu meiner hier, nur dass ihr wahrscheinlich noch keine Dokumente habt. Die werden dann hier in so einer Art Kacheln angezeigt, wo man auch eine kleine Vorschau sieht. Und hier habt ihr dann eben die Möglichkeit, in Google Docs zu navigieren. Ihr habt hier oben links ein Menü. Dort könnt ihr dann auch zum Beispiel zu Google Tabellen, zu Präsentationen oder zu Google Formulare wechseln. Dazu habe ich auch schon einige Tutorials gemacht und ihr habt hier auch nochmal verschiedene Einstellungen oder kommt auch direkt zu eurer Google Drive, wo dann eben entsprechend eure Dokumente gespeichert werden. Eine Einführung zu Google Tabellen und Google Präsentationen, also Google Sheets und Google Slides, folgt dann noch. Ihr habt jetzt aber natürlich einmal die Möglichkeit, nicht nur eure Dokumente einzusehen. Wenn ihr das aber das allererste Mal macht, dann werdet ihr noch keine Dokumente haben. Ein Dokument könntet ihr dann öffnen, indem ihr einfach darauf klickt. Und ihr habt hier oben auch die Möglichkeit, eben ein neues Dokument zu erstellen. Da könnt ihr dann hier einfach auf das große Plus klicken. Das ist dann ein leeres Dokument oder ihr wählt hier rechts eine Vorlage aus, wie zum Beispiel einen Brief, einen Projektvorschlag oder auch eine Broschüre. Hier oben rechts habt ihr auf der Vorlagengalerie noch die Möglichkeit, das Ganze auszuklappen. Und ihr habt dann hier noch mehr Vorlagen, die ihr benutzen könnt. Ich persönlich habe noch nie eine Vorlage da benutzt, aber da könnt ihr gerne auch mal durchstöbern, ob ihr da was findet für euch. Und wenn ihr dann ein neues Dokument erstellen möchtet, klickt ihr einfach hier auf das große Plus und auf leer. Und dann öffnet sich hier ein neues Dokument. Und die allererste Sache, die ich zeigen möchte, ist, dass ihr den Zoom einstellen könnt. Also ihr seht ja jetzt hier zum Beispiel links und rechts die Ränder von dem A4-Blatt, das ihr gleich beschreiben könnt. Und da könnt ihr hier, wo 100% steht, könnt ihr dann einmal auf 200% stellen und dann habt ihr das Ganze auch etwas näher ran gesoomt. Für meine Tutorials verwende ich meistens 150%, da das Ganze meistens dann am besten funktioniert und auch noch alles ziemlich gut sichtbar ist. Und als allererstes könnt ihr natürlich dann hier auf euer A4-Blatt klicken und dann dort einfach euren Text eingeben. Ganz normal mit der Tastatur tippen und das Ganze funktioniert. Ich werde jetzt hier einmal einen Beispieltext reinkopieren und zwar kopiere ich hier jetzt einmal den Lorem Ipsum Text hinein. Und dann habe ich hier direkt mehrere Seiten an Beispieltext, an denen ich gleich einige Sachen zeigen werde. Aber ihr könnt natürlich hier auch ganz normal euren eigenen Text hineinschreiben etc. Das funktioniert auf jeden Fall ziemlich gut. Das heißt, ihr habt hier einmal in der Mitte euer Blatt Papier, wo ihr quasi euren Text schreiben könnt für eure Dokumente. Und ihr habt dann hier oben links einmal die Möglichkeit, euer Text, euer Dokument zu benennen. Jetzt wird hier automatisch bei mir der erste Absatz hineingeschrieben, aber ich nenne das einfach einmal Google Docs Einführung 2023. Und das Ganze schreibt ihr dann einfach hier in den Dokumentennamen rein und klickt dann einfach Enter oder klickt einfach wieder in euer Dokument. Und ihr seht jetzt schon, dass hier steht letzte Änderung vor wenigen Sekunden und das bedeutet immer, dass das Ganze gespeichert wird. Wenn ich jetzt hier noch etwas zufüge, dann steht auch oben links, dass gespeichert wird und dann wird das Ganze immer wieder gespeichert. Und jetzt steht hier auch, dass das Ganze in der Google Drive gespeichert ist. Das heißt, ihr braucht euch gar keine Gedanken darüber zu machen, den aktuellen Stand mal abzuspeichern. Das wird quasi mit jeder Eingabe, mit jeder Änderung, die ihr macht, wird das Ganze immer wieder gespeichert. Und das ist, wie ich finde, ziemlich cool. Und ihr habt es dann auch verfügbar auf all euren Geräten, weil das Ganze eben im Google Konto gespeichert ist. Jetzt kommen wir einmal noch zur Oberfläche von Google Docs und wie diese grundlegend aufgebaut ist. Ihr habt einmal hier oben links direkt unter dem Dokumentennamen, habt ihr hier verschiedene Menüs, die ihr quasi anklicken könnt. Und dann habt ihr hier die ganzen verschiedenen Funktionen von Google Docs. Da werde ich nicht auf jedes einzelne eingehen, aber ein paar Sachen werde ich schon zeigen. Wir konzentrieren uns jetzt in diesem Video eher hier auf das Schnellmenü, das heißt die Zeile hier drunter. Dort habt ihr auch die Möglichkeit, Änderungen rückgängig zu machen mit STRG-Z. Also das heißt, da könnt ihr hier draufklicken oder STRG-Z drücken und dann taucht zum Beispiel hier mein Text wieder auf. Und wenn ich das Ganze wiederholen würde, dann ist der Text wieder weg. Das Ganze könnt ihr aber auch mit STRG-Z und STRG-Y machen. Und hier in diesem Schnellmenü habt ihr eben die wichtigsten Einstellungen, auf die ich jetzt auch eingehen werde in diesem Video, um eben an euren Dokumenten zu arbeiten. Und ihr habt hier nicht nur die Möglichkeit, eben euer Zoom einzustellen, also wie weit ihr an das Dokument heranzoomt. Sondern ihr könnt hier auch den Textstil eingeben. Also das heißt, wir könnten auch sagen, dass wir jetzt hier noch einen Titel des Dokumentes oder einen Titel des Textes hätten. Und dann könnten wir diese Zeile hier auch im Titelstil direkt einbinden. Und dann hätten wir hier eine Art Titel des Textes eben auch mit eingeblendet. Und der ganz normale Text ist dann eben auch immer in diesem Stil. Und wir könnten jetzt auch diesen Stil immer wieder auf andere Textfragmente quasi anwenden. Oder auch wenn wir jetzt den normalen Text bearbeiten würden. Sprich, wir haben jetzt hier den normalen Text und würden sagen, dass das Ganze jetzt nicht mehr in der Schriftart Areal sein soll, die ihr daneben auswählen könnt. Sondern in der Schriftart Comfortar oder Comfortar. Je nachdem. Und dann Fett. Dann hätten wir das hier einmal ausgewählt, die Schriftart, für eben diesen Abschnitt. Und jetzt könnte ich auch noch sagen, dass der normale Text eben entsprechend aktualisiert werden soll. Und dann wirkt sich das auch auf das gesamte Dokument aus. Und auf jeden Stil, der eben diesen normalen Textstil benutzt. Jetzt haben wir natürlich nicht nur die Möglichkeit, die Textart hier einzustellen. Sondern rechts daneben befindet sich dann auch direkt die Möglichkeit, die Schrift zu vergrößern. Da könnt ihr dann einfach auf das Plus klicken und eure Schriftgröße einstellen. Oder auf das Minus, um sie zu verkleinern. Aber ihr könntet natürlich auch einfach hier auf die 10 klicken. Und dann zum Beispiel hier 48 auswählen. Oder ihr könntet auch einfach sagen, ey, ich möchte Schriftart 100 haben. Und dann drückt ihr Enter und schon wird dann hier quasi Schriftart 100 ausgewählt. Da sieht man jetzt natürlich nicht mehr so viel. Aber das könnt ihr dann dementsprechend so einstellen, wie ihr das Ganze möchtet. Ihr habt auch natürlich die Möglichkeit hier zu sagen, dass ihr den Text fett gedruckt haben möchtet. Das ist dann dieses B hier für Englisch bold, also fett gedruckt. Und da könnt ihr dann auch einfach draufklicken und dann ist der Text fett. Ihr habt auch noch die Möglichkeit, daneben das Ganze kursiv zu machen. Oder auch natürlich noch zu unterstreichen. Also die drei Klassiker. Quasi fett gedruckt, kursiv und unterstrichen. Dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit zu sagen, dass ihr euren Text hier natürlich auch noch die Schriftfarbe einstellen könnt. Also da habt ihr dann die Möglichkeit, hier aus einer Vielzahl von Farben auszuwählen. Zum Beispiel Grau, Gelb, Grün. Eben alles, was es so gibt. Ich wähle hier jetzt einmal ein dunkleres Blau aus. Dann sieht das Ganze so aus. Und ihr habt dann eben aber auch noch die Möglichkeit, über das Plus und Benutzer definiert, könnt ihr natürlich hier auch noch eine benutzerdefinierte Farbe auswählen. Also ihr könnt dort direkt den Hex-Code oder den RGB-Code einstellen von eurer Farbe. Aber ihr habt hier auch so einen Schieberegler, wo ihr dann zum Beispiel auf Grün schieben könnt. Auf Grün schieben könnt. Und dann könnt ihr hier noch mit diesem Cursor, mit diesem weißen Kreis, könnt ihr dann noch direkt die Farbe auswählen, die ihr haben möchtet. Und wenn ihr dann eben genau diese Farbe hier haben möchtet, klickt ihr einfach auf OK. Und schon wird euer Text eben dementsprechend angepasst. Aber ihr habt auch noch rechts daneben die Möglichkeit, euren Text quasi zu markieren, also die Hintergrundfarbe zu ändern. Das ist dann die sogenannte Hervorhebungsfarbe. Da könnt ihr dann genauso jegliche Farben auswählen, die ihr eben hier einstellen könnt. Und dann hättet ihr eben den Text einmal quasi mit grünem, mit grüner Farbe hinterlegt, beziehungsweise markiert. Dann folgen die Möglichkeiten, dass ihr einen Link einfügen könnt oder auch einen Kommentar hinzufügen könnt. Das ist noch ein genereller Punkt, das kollaborative Zusammenarbeiten in Google Docs legt großen Wert darauf, dass ihr kollaborativ mit anderen Leuten zusammenarbeiten könnt. Das heißt, ihr könnt das Dokument quasi auch teilen an bestimmte Leute. Das macht ihr einfach per E-Mail-Adresse. Diese Personen brauchen dann aber auch ein Google-Konto, um das Ganze zu bearbeiten. Und dann können die eben auch direkt an dem Dokument bearbeiten. Und das Ganze könnt ihr auch parallel live machen. Das heißt, ihr seht dann auch live, was die anderen für Änderungen machen. Wie ihr das Ganze macht, mit Dokumente freigeben etc. Dafür habe ich auch schon extra Videos gemacht. Generell findet ihr alle meine Videos in der Playlist, die über die Infocard verlinkt ist. Und natürlich findet ihr die ganze Playlist auch auf meinem Kanal. Ich werde entsprechende Videos, die ich jetzt in dem Video erwähne, werde ich auch alle unten nochmal in der Videobeschreibung verlinken, wie eben zum Beispiel dieses Dokumente freigeben, dass ihr dann dort eben schnell auch die entsprechenden Informationen findet. Weiter rechts daneben findet ihr dann die Möglichkeiten, Bilder einzufügen oder generell auch Medien einzufügen. Das zeige ich erst ein bisschen später. Jetzt gehen wir hier einmal noch darauf ein, dass ihr zum Beispiel natürlich auch euren Text linksbündig ausrichten könntet oder natürlich auch zentrieren könntet oder rechtsbündig ausrichten könntet. Also zum Beispiel sagen wir hier, dass das Ganze einmal zentriert sein soll, dass das Ganze rechtsbündig sein soll oder eben im Blocksatz. Mein persönlicher Favorit der Blocksatz würde ich auch immer empfehlen, das Ganze zu verwenden. Vielleicht jetzt nicht für Briefe, aber für normalen Text ist Blocksatz immer zu empfehlen. Das sieht immer viel besser aus, wenn das quasi alles links und rechts eine Einheit ist. Aber ansonsten könnt ihr das natürlich auch linksbündig lassen. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, den Zeilenabstand einzustellen in Google Docs. Dafür wählt ihr dann einfach euren entsprechenden Text aus, beziehungsweise bearbeitet den Stil normalen Text, wenn ihr das so machen möchtet. Dann klickt ihr hier auf diese quasi Zeilen mit dem Pfeil nach oben und nach unten. Und dann könnt ihr hier direkt auswählen, dass ihr zum Beispiel einen 1,5 Zeilenabstand haben wollt oder einen doppelten Zeilenabstand haben wollt. Das funktioniert dann auch oder einen einfachen Zeilenabstand. Also das könnt ihr dann machen, wie ihr möchtet. Mit STRG Z könnt ihr das Ganze natürlich wieder rückgängig machen. Ihr habt auch die Möglichkeit, Aufzählungen in Google Docs zu machen. Also ihr könnt zum Beispiel einfach ein Minuszeichen setzen, Leerzeichen klicken und dann habt ihr hier direkt so eine Bullet-Point-Liste quasi, wo ihr dann eure Punkte quasi aufzählen könnt. Mit Enter wird dann immer ein neuer Punkt hinzugefügt. Und ihr könnt jetzt aber auch noch die Zeichen von dieser Aufzählung natürlich ändern. Dafür wählt ihr einfach mit der Maustaste, dafür wählt ihr einfach den Text aus. Also ihr klickt dann an den Text, haltet die linke Maustaste gedrückt und zieht dann mit der Maus darüber, sodass das quasi alles blau hinterlegt ist. Dann ist der Text ausgewählt. Jetzt haben wir hier oben die Liste mit Aufzählungen und da könnt ihr dann eben hier die Zeichen ändern. Also wir könnten zum Beispiel jetzt auch Punkte nehmen oder wir könnten hier auch Pfeile nehmen. Das funktioniert auch. Und wenn ihr dann noch einen Punkt dazwischen einfügt und dann die Tabulator-Taste klickt, dann habt ihr hier auch noch quasi eine zweite Ebene, wo ihr Text hinschreiben könnt oder auch noch eine dritte Ebene. Da ändert sich dann auch immer das Zeichen. Das könnt ihr auch alles mit Google Docs einstellen. Und ihr habt jetzt nicht nur die Möglichkeit zu sagen, dass das eben eine Aufzählung sein soll, sondern ihr könnt eben auch direkt sagen, ihr möchtet hier quasi mit Zahlen was aufzählen. Da klickt ihr dann einfach hier daneben. Das ist dann quasi eine numerische Aufzählung. Ihr habt auch die Möglichkeit, einen Buchstaben zu verwenden, aber das sprengt jetzt ein bisschen den Rahmen von diesem Video. Deswegen könnt ihr hier ganz einfach Zahlen verwenden und dann hier eben auch einfach erstens sagen. Also einfach erstens und zweitens. Und wenn ihr das dann dementsprechend eingestellt habt, könnt ihr mit der Tabulator-Taste auch in die nächste Ebene springen und dann eben hier 2.1 haben. Also das funktioniert dann eben auch noch als Ebene 2 quasi für eure Aufzählungen. Ihr habt ja auch noch jetzt die Möglichkeit, im Schnellmenü euren Einzug für einen Absatz zu ändern. Das heißt, ihr könntet den Einzug vergrößern. Das ändert eben die Art und Weise, wie groß der Abstand ist zum Rand von eurem Dokument. Und das Ganze könnt ihr dann eben nach rechts verschieben. Also ihr vergrößert euren Einzug oder ihr verkleinert den, indem ihr das quasi wieder an den Rand eures Blattes hinschiebt. Und des Weiteren habt ihr eben auch noch die Möglichkeit, zum Beispiel einen Absatz auszuwählen und dann hier ganz am Schluss mit der letzten Möglichkeit, die Formatierung zu entfernen. Dann wird jegliche Formatierung von eurem Text entfernt, wie zum Beispiel Schriftfarbe, Schriftart, Größe etc. Das wird alles wieder auf den Standard, den ihr im normalen Textstil festgelegt habt, zurückgesetzt. Und das sind dann quasi auch schon die ganzen Basisfunktionen, wie ihr euren Text bearbeiten könnt etc. Als nächstes möchte ich noch zeigen, wie ihr Bilder einfügen könnt. Dafür setzt ihr dann einfach euren Cursor an die Stelle, wo ihr euer Bild einfügen wollt und geht dann hier auf den Punkt Bild einfügen. Den findet ihr relativ in der Mitte vom Schnellmenü und dort habt ihr dann die Möglichkeit, quasi einmal drauf zu klicken. Und ihr habt dann hier verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt ein Bild einfach von eurem Computer hochladen in das Dokument. Das wird dann auch automatisch im Dokument gespeichert. Ihr könnt im Web suchen, ihr könnt aus eurer Google Drive etwas einfügen aus euren Google Fotos. Ihr könnt per URL ein Bild einfügen oder ihr könnt auch hier mit der Kamera quasi direkt ein Bild mit der Webcam machen, wenn ihr denn eine angeschlossen habt. Ich werde jetzt hier einmal aus dem Web ein Bild nehmen und zwar natürlich den klassischen Laubfrosch. Das ist gar kein Thema. Und dann könnt ihr hier einfach euer Bild auswählen, direkt aus der Google Bildersuche. Ihr könnt auch mehrere Bilder anwählen und dann steht hier unten rechts auch, dass ihr zwei ausgewählt habt und dann klickt ihr einfach auf einfügen. Und dann lädt das natürlich einen kurzen Moment und dann sind hier quasi die Bilder von dem Laubfrosch mit eingefügt und ihr habt die dann in eurem Dokument drin. Und wie ihr Bilder bearbeiten könnt, dazu habe ich schon ein extra Video gemacht. Ihr habt einen Haufen Möglichkeiten in Google Docs Bilder zu bearbeiten und die für euer Dokument einzustellen. Aber ihr könnt auch ganz klassisch natürlich die Größe von den Bildern bestimmen und dann könnt ihr die ganz klassisch in eurem Dokument eben anordnen und benutzen. Google Docs bietet natürlich auch weitere verschiedene Möglichkeiten, dein Dokument zu bearbeiten. Ihr habt auch die Möglichkeit, eine Kopfzeile und eine Fußzeile einzufügen. Dafür müsst ihr einfach an den oberen bzw. unteren Rand des Dokumentes doppelt klicken. Dann öffnet sich die Kopfzeile und ihr könnt dann hier eure Kopfzeile eintippen. Das ist gar kein Problem. Gleiches gilt für die Fußzeile. Das macht ihr dann eben am Ende eures Dokumentes. Da habt ihr dann eben die Fußzeile, die ihr einfügen könnt und dann steht jeweils immer in der Kopfzeile und der Fußzeile das Gleiche. Ihr habt da auch noch verschiedene Möglichkeiten, nur für einen bestimmten Abschnitt eures Dokumentes Kopfzeilen und Fußzeilen einzufügen. Das erkläre ich aber in anderen Tutorials. Das sprengt jetzt ein bisschen den Rahmen dieser Einführung. Natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, in Google Docs Seitenzahlen einzufügen. Das findet ihr unter dem Einfügenmenü und wenn ihr das Menü das erste Mal aufklappt, seht ihr schon, wie viele Möglichkeiten es gibt, in Google Docs Dinge einzufügen. Also ihr habt Emojis, Diagramme, Tabellen, Smartchips, Dropdown-Menüs, Fußnoten. Ihr habt hier verschiedene Bausteine, so nennt sich das zumindest in Google Docs. Ihr habt Wasserzeichen, Kopf- und Fußzeilen und auch Seitennummern und zu all diesen Dingen habe ich auch schon Tutorials gemacht, die ich dann einmal verlinke in der Videobeschreibung. Ansonsten findest du die Videos dazu auf meinem Kanal in der Google Docs Playlist. Und ihr könnt hier die Seitennummern einfügen, zum Beispiel einmal unten rechts. Da habt ihr dann hier diese Vorlage, wo ihr ganz klein die Zahlen seht, wo die dann stehen. Und da klickt ihr dann einfach drauf und schon sehen wir, dass wir jetzt hier unten rechts quasi die Seitenzahl haben. Also hier steht Seitenzahl Nummer 1, Seitenzahl Nummer 2, 3 und so weiter. Und zu den Seitenzahlen habe ich auch schon mehrere Tutorials gemacht. Vor allem letztens kam ein Update, dass ihr auch die Gesamtseitenzahl in eurem Dokument einfügen könnt. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, die Seitenzahlen erst ab Seite 3 zu verwenden oder auch ab einem beliebigen Abschnitt in eurem Dokument. Das zeige ich aber, wie gesagt, alles in extra Tutorials, die ich dir verlinke und die es auch schon alle auf meinem Kanal gibt. Schau da also gerne vorbei. Als allerletztes möchte ich dir noch einen kleinen Überblick geben, was du jetzt mit deiner Datei quasi noch machen kannst. Ihr habt hier im Schnellmenü auch die Möglichkeit, bei dem Druckersymbol das Ganze einmal auszudrucken. Und dann habt ihr hier quasi einmal die Übersicht, wie das ganze Dokument dann aussehen würde. Und ihr könnt es natürlich auch einfach direkt ausdrucken an eurem Drucker. Also das funktioniert auch. Oder ihr habt über das Dateimenü auch die Möglichkeit, euer Dokument als Word-Dokument zum Beispiel runterzuladen oder auch als PDF-Datei. PDF-Datei kann ich immer empfehlen. Wenn ihr das dann als PDF-Datei runterladet, habt ihr das Ganze auch vernünftig als Datei gespeichert. Und ihr habt natürlich auch noch die Möglichkeit, Hoch- und Querformat einzustellen. Das heißt, wenn ihr über das Dateimenü auf den Punkt Seiteneinrichtung geht, habt ihr hier auch noch das Seitenlos-Design, was es in Google Docs gibt, was aber auch den Rahmen dieses Videos sprengen würde. Und ihr habt hier die Möglichkeit, eben auch das Hochformat und das Querformat einzustellen. Hier unter dem Punkt Ausrichtung könnten wir jetzt einfach auf Querformat gehen. Ihr könnt hier auch noch die Seitenfarbe, das Papierformat und die Ränder eingeben. Dazu habe ich aber auch dann schon ein extra Video gemacht. Und ihr könnt dann hier einfach auf OK klicken. Und schon hätten wir jetzt quasi Querformat. Wenn ich einmal ein bisschen rauszoome, dann sehen wir auch, dass das Ganze jetzt hier im Querformat ist. Und dann könntet ihr dementsprechend das Ganze auch als Querformat-Dokument schreiben und dann so einstellen, wie ihr das eben braucht. Und das sind alle grundlegenden Funktionen, die es in Google Docs gibt, mit denen ihr eben eure Dokumente bearbeiten könnt. Und das habe ich jetzt einmal hier versucht, so gut wie möglich in dieser Einführung für 2023 zusammenzufassen. Ich hoffe, ich konnte dir mit dem Tutorial weiterhelfen. Wie gesagt, wenn du weitere Videos sehen möchtest, checke meine Playlist ab auf meinem Kanal. Google Docs Tutorials heißt das Ganze. Und dort habt ihr dann noch verschiedenste Möglichkeiten, in Google Docs Dinge einzustellen. Ich habe es schon angeteasert. Ihr habt Diagramme, Smartchips etc. Ihr habt auch noch viele weitere Möglichkeiten, wie eine Suchen- und Ersetzen-Funktion. Ihr könnt auch ein Literaturverzeichnis erstellen. Und dazu habe ich alles schon Tutorials gemacht. Das war es dann mit dieser Einführung zu Google Docs 2023. Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen. Hast du eine Frage oder Vorschläge, schreib es in die Kommentare. Like das Video, wenn es dir gefallen hat und abonniere meinen Kanal, damit du keine neuen Tutorials mehr verpasst. Jeden Dienstag und Donnerstag um 10 Uhr kommt ein neues Video online. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Bleib gesund. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020